Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Das ist nur ein kurzes Video, wo ein Freund hat mich gefragt, wo man bestimmte Sachen finden kann, die ich dem erzählt habe. Also, wir sind hier südöstlich von Windhelm in Kackrenzland. Kackrenzel, das ist eine Art Zwergen, also Dunmeer Bank. Die ist total eingeschneit, ich habe die Ruine auch nur aus Zufall gefunden. Die ist in den Bergen und die ist ziemlich schwer zu finden. So, wenn man jetzt da reingeht, ja, ich habe jede Menge Ausrüstung von Daedra und allem. So, jetzt sind wir in dem Gebäude drin. Und wenn man eigentlich hinkommt, ist da, genau, da ist diese Lichtkugel. Uh, sie strahlt meinen Daedra-Fürsten an. Boah, gerade sind die Schatten ziemlich schlecht bei der Aufnahme. Auf jeden Fall, drückt und berührt man diese Kugel dann, da wird man eingesperrt. Und es kommt irgendwie so rüber, als würde ein Scan-Protokoll vor sich gehen. Ich glaube, die sollen nur einen verwirren, bevor man runterfällt. Was jetzt auch gleich passieren wird. So, wir gehen in Ego-Perspektive, damit sie ein bisschen erfüllen wird. Oh, scheiß Schatten. Jetzt verschwinden die Kugel. Das beginnt zu leuchten und wir fangen kaum schon. Krack. Falltür. Man fällt epic lang. Bis man auf dem Wasser aufknallt. So. Crappen, wo bin ich denn dann jetzt? So, wenn man sich schon die Wände anguckt, bemerkt man, dass die Farmer solche Ausrüstungen benutzen, um ihre Käfer zu züchten. Wie auch immer die heißen. Das habe ich eigentlich gerade geworfen. Achso, ja, ich habe noch dieses schwule Messer. Und über Dämmerbrecher. Und dann, leck mich doch. Nimm mal einfach die Funken. Kamekameha! Ah, Mann. Steine. Also, wenn ich jetzt nicht alles schon getötet hätte und alles durchgemacht hätte, ähm, wären hier Farmer. Ja, das geht alles an einen Kollegen namens Dark Soldier, der nie irgendwelche Filme macht. Das ist sehr praktisch. Uh, guckt euch diese Epic-Schatten an, gerade wenn ich aufnehme. Ich muss nämlich mein PC... Oh, scheiße. Seht ihr, Farmer? Kamekameha! Du kannst den Erzmagier nicht besiegen. Was der hier sucht, weiß ich auch nicht. Ah, Waffe hat einen Dämmerbrecher. Ja, ich habe jede Menge DATRA-Ausrüstung schon gesammelt. Ich weiß. Ich bin total auf DATRA fixiert. Sin, sin, sin. Sum, 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 sum. Ah, Kappen. Dann kommen wir in die nächste Höhle. Ja, ich hoffe, ich schaff's am Donnerstag, also, ja, noch was aufzunehmen. Ihr habt euch eine schlechte Scheid zum Verlauben ausgesucht. Sterb. So, dann, ja, die Truhe interessiert uns jetzt nicht. Das ist nach einer Mondsteinader, wenn ihr eine sucht. Hier ist noch eine und, ja, hier war noch irgendwo eine. Auch egal. Auf jeden Fall ist das schon ganz schön epic, das Gebiet. Hier in der Nähe findet man auch Boheti das Schrein. Das ist da, wo man ein, äh... Hier ist Gas. Seht ihr dieses Verschummern, ne? Fuck. Ich glaube, ich bin noch nie richtig in diese Höhle vorge... Doch da war ich schon. Ich glaube, ich habe da hinten noch nicht aufgerannt. Da, hier bin ich einfach durchgelaufen, weil die Farmer mich so gedamaged hatten. Also, mit niedrigem Level ist das hier schon mal eigentlich gar nichts. Gold, Gold. Ich will mir den Haas in Einsamkeit kaufen, 25 tausend, äh, tausend. Und ich habe, wie viel? Es ist 13.000 Gold, scheiße. Ja, ich habe bisher noch nichts ausgegeben. Das habe ich alles durchmorde. Haha. Und Bretonio. So, und dann sind wir auch schon wieder draußen am Himmelsrand und wir kommen, ich glaube, den Bööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das nächste Dorf war hier irgendwo... Hier ist Ostmarsch, das Militärlager von den Kaiserlichen, und hier ist Mutz... ... wie man es ausspricht, Mus-luft. Mus-luft. Irgendwie Fusselluft. Dann kommt man hier aus, in der Steinbachhöhle. Man kann auch rückwärts, ist klar, aber es ist cooler, den Weg zu nehmen. Also die Route, die man gehen kann. Ich hab in Rifthorn angefangen, bin hier über die Grenze, über die Berge, nach da. Aber man kann auch den Weg hier, von Windhelm nach Nardzulbur, und dann nach Mus-luft, und dann nach Ostmarsch. Dann kann man hier den Stein passen, und hier ist dann, äh, keine Grenze. Okay, das war's von mir. Grüße an dich, Dark Soldier. Mach irgendwann auch mal Videos, verdammt nochmal, und hör auf, in den Sinn nur zu gucken, das ist unfair. Und, ja, bis dann. Ciao. Ciao.